Das Voyeur Blutdruckmessgerät Messen Sie Ihren Blutdruck zu Hause. Verstellbare Manschetten für Armlängen von 22 bis 40 cm. Dualer Benutzermodus Speichert 240 Messwerte und ermittelt den Durchschnitt der letzten drei Messwerte für präzise Werte. Einfacher Start mit einer Taste Halten Sie Herz und Manschette auf gleicher Höhe. Großes LCD-Display für einfache Ablesbarkeit. Herzfrequenz erkennen Drei Farben zur Anzeige des Blutdruckstatus. Grün für Normal, Gelb für leichten Bluthochdruck, Rot für eine hypertensive Krise. Unterstützt auch Batterie- und USB-Stromversorgung. Verfolgen Sie Ihren Gesundheitszustand mit Voyeur.